Kante! Yes, so three hours ten minutes so far. I think we're fairly nearly back now. We do have to go past that housing estate on the right. There's a bridleway up there, look. That looks like a better bridleway, that one with grass and everything. Hello! That's a good camera. Thank you. Hello! Have I gone wrong? It's alright, don't worry. It's not a lot longer. It's just that way. Well, there was no error. I saw somebody going that way and I thought, well, they must live up there because there was no error. I'm not sure whether there was supposed to be somebody there. Thank you! Now, she read this and she said, because it was a bit ambiguous here, and she says, you turn right. So we turned right. Right. And I think it says on here, I didn't read it until I'd gone up and then realised you couldn't get anywhere. So I thought, well, it must be wrong. And it does say something about being right. Turning right. You see, coming down, turning right is the wrong way. It should have been left. Hello! Futs! So, look at your feet. Ja, ein bisschen beat in, haben wir? Ja. Ja, ich habe noch ein paar depth da. Es ist ein bisschen low. Ja, ein guter depth da. Ja, ein guter. Komm, dann. Komm, dann. Es ist ihr Essen. Komm, dann. Komm, dann. Es ist ganz schön, dass all das Dirt kommt, denn ich habe ihn mit dem Hosepipe. Yesterday. Komm, dann. Woher hat es alles kommt? Gut, was er? Was ist ihr? Ihr Naus. Ihr Naus. Ihr Naus ist gut. Wie geht es? Wir sehen uns. Ja, ja, ich bin richtig, wie du gesagt hast, aber ich denke, es sollte sich nicht mehr verlassen. Ich bin richtig, aber dann habe ich zu zurück. Wir haben durch eine Art Gap geheißen. Ja, ich habe nicht getan. Nein, ich habe nicht getan. Ich dachte, das war falsch. Ich habe gesagt, das Frau, ich habe gesagt, dass sie die Frau, die Frau, die Frau zu der Seite, aber wenn sie ein bisschen drin hatten, würde ich nicht alles gut haben. Aber da wir sind. Da ist ein guter Mann. Ich habe das zu einem anderen Seite gelegt, und ich kann es nicht fallen, weil ich das auf dem Boden schlafen habe. Ich habe das nicht gelegt, weil ich es nicht unter den Feezeige sein soll. Es ist nicht egal, ob es sich alles gut auszusehen, aber es sollte alles gut sein. Upp! Wir haben die Haare getrappet, nicht wahr? He is! Das ist ein schönes Dinner, nicht wahr? Mit einer Carrot? Es gibt drei Carrots in da, als ihr Dinner. Er ist ein Funny Boy, nicht zu essen und zu essen. Mind you, er hat sich in der Trough nach der Trough gewohnt. Ich wusste, dass er nicht zu essen hat. Aber er hat ein guter Drink. Ihr habt ein guter Drink. Good boy! So, drei Quarts of an hour home. Dann kann er in den Paddock und ein guter Roll in den Dried Mud. Mal im Bett We have over 2000 videos if you would like to look at some more all you need to do is click on the Apollo icon which will take you to our home page and then you can select videos or playlists thanks for watching TTFN